Qualität, Planen, Zukunft, Bauen, das ist das Motto von unserem diesjährigen Gemeinschaftsstand. Was verstehen Sie unter diesem Motto? Das sind vier Worte. Planen und Bauen ist hier, glaube ich, selbstverständlich. Auf der Messe kommt noch dazu, entwickeln und betreiben. Entwickeln, planen, bauen, betreiben, das ist der Zyklus. Herausstechen die Begriffe Qualität und Zukunft. Und ich glaube, beides sind extrem aktuelle Aufgaben, die wir in Deutschland bewältigen müssen. Und wir haben uns angewöhnt, sehr viel über Quantitäten zu reden. Auch hier auf der Messe wird überall über Zahlen geredet. Sie kennen das schöne Wort von Oskar Wald. Es gibt Menschen, die kennen von allem nur den Preis und von nichts den Wert. Es geht hier um Werte. Werte, die wir in die Zukunft entwickeln, planen, bauen und betreiben. Welche Erwartungen haben Sie an die diesjährige Expo Real? Ich glaube, dass wir herausstellen können, nachdem wir zusammen ja schon mehrere Jahre hier sind, wie wichtig dieses Thema Qualität und Zukunft geworden ist für die Gesellschaft. Es ist, meine ich, genauso wichtig wie das Thema Integration und Migration. Und wir können nur positiv mit dem Thema Planen und Bauen gestalten. Und ich glaube, dass wir uns langsam bemerkbar machen können, wie das auch dem Thema angemessen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.